Servus Leute, was geht ab? Und willkommen bei einem neuen Video. Alan, Alina, Ayas, Lisa, Karan, Diana, Eiji, Dylan, Elsie, kommt nach oben. Friends, mein eigenes Spiel ist jetzt draußen auf Google Play und App Store. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ich war zu Besuch bei den Jungs. Und wir haben eine richtig coole Challenge daraus gemacht, Freunde. Schaut euch das Video an und ich wünsche euch viel Spaß. Peace out. Freunde, und ganz kurz noch, das ist unsere erste App. Deswegen kann es sein, dass da irgendwelche Fehler eventuell drin sind. Falls da Fehler sind, ihr könnt mich gerne darauf hinweisen. Ich bin fürs ganze Feedback offen, Leute. Falls ihr auch irgendwie Ideen habt, was man verbessern kann und so weiter, Leute. Könnt ihr mir gerne schreiben. Ich bin dankbar für jeden Feedback. Vielleicht ist im nächsten Update eure Idee im Spiel, Leute. Das Spiel wird in 1, 2 oder 3 Monaten eventuell komplett anders aussehen. Mit anderen Features und so weiter. Viel Spaß jetzt erstmal so, wie es ist. Und das Geile ist, wenn ihr der Rekordhalter seid, kann jeder, der dieses Spiel spielt, euer Rekord sehen und euren Instagram-Namen. Und kann dann direkt vom Spiel zack auf euren Instagram-Account gehen. Leute, der Rekord ist bei 173 von LoveDrim. Wenn ihr da euren Instagram-Namen reingetippt habt beim Highscore-Freunde und man da draufklickt, kommt man direkt auf eurem Instagram-Profil. Wenn ihr nur euren Namen dahin schreibt, aber kein Instagram-Profil eingeben möchtet, dann werde ich vorgeschlagen. Das Geile ist, Freunde, Ende Januar werden wir gucken, wer den Highscore hat und wer den Highscore hat und sein Instagram dann verlinkt hat. Dem werde ich direkt eine Nachricht schreiben und er gewinnt etwas. Knackt den Highscore, viel Spaß beim Spielen und ihr könnt was gewinnen. Peace. Es ist super geil, holt ihr euch jetzt im App-Score. Din, 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 din. Mein Erd, ja. Perachai, back in Action. Jetzt euer Kühlregal. Nein, das Spiel war gut, war lustig. War okay. Geht. Nein, war gut. Ist gut. Voll geil. Da ist sie wieder direkt runter. Nein, war wirklich ein geiles Spiel. Nachgekommen. Die App macht Spaß, vor allem kann man echt gut so gerade so ein Trinkspiel oder so einbauen für die Party oder so, Leute. Und kommt in die App-Gruppe. Danke, Mann. Boah, das Spiel macht richtig Bock, das hat mich richtig abgefuckt. Ich wollte eigentlich eine schlechte Bewertung geben, wirklich. Aber das hat so viel Spaß gemacht, obwohl ich verloren habe, das hat echt Spaß gemacht. So, Freunde, und zwar spielen wir ein Spiel und der Verlierer, Jungs, der Verlierer, ihr könnt einmal kurz herkommen, kommt mal her. Wer am Ende das wenigste geschafft hat, kriegt eine Bestrafung und zwar eine Mischung aus jedem Betrinkt, einmal kurz gemixt. Bis zur Hälfte ungefähr und das musst du dann wegechsen. So. Ciao, 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 ciao. Was macht ihr? Musst du jetzt auf Play drücken? Ja, einfach auf Play. Das ist deine App. Machen wir ein bisschen lauter. Das ist deine App. Das ist deine App. Nein. Doch, doch, du hast mir gesagt, das ist dein Gesicht, das man an der App arbeitet. Oh, die Tür, da trifft ihr nicht beim ersten Mal. Hey, pass auf, deine Kugel, Digga. Achso, okay, ich muss wieder neu anfangen. Ich muss das Ding treffen, diese Kartoffeln. Ja, genau. Sag doch was. Dann gibst du mal einen Punkt. Hast du irgendeine Geschichte mit der Kartoffel? Ja. Erzähl dir mal. Aber ey, das ist unbär, dass du mitspielst. Du kennst das Spiel schon. Ja, hab ich so viel Zeit, wie ich hab? Ja, du hast so viel Zeit, wie du willst. Ja, dann warte ich ja, bis sie einfach immer da sind, neben mir. Ja, kannst du machen. Achso, aber der dreht sich ja nicht immer gescheit. Na, das ist mir jetzt noch riskant. Na, das auch noch. Habe ich jetzt nur noch einen Schuss? Ah, jedes Mal wieder voll. Ja, ja. Ja, Digga, dann sitzt du mir hier bis morgen. Echt? Bin ich gespannt. Okay, ich halt die Fresse. Shit machen. Was kommt da für Bilder? Ey, das hat mich grad voll abgelenkt. Was sind das für Bilder? Das lenkt mich ab, Bruder. Aber ey, ich muss sagen, du bist voll gut, Digga. Als ob. Du bist ehrlich voll gut. Ey, jetzt guck mal, wie der mich ablegt. Oh, ich war reich. Erster Versuch, wie viele Punkte hast du? 13. Oh. Oh, erster Punkt ist gleich. Oh, voll. Ich mach nicht richtig. Das war ein scheiß Spiel, so ein Ding. Oder? Ich mach den auf Deck noch mal. Ich weiß, was geht. Ich roll den hinzu. Nehmt ihr auch? Nein, ne? Du kannst dir Zeit lassen, ne? Ja, es geht nicht um Zeit, Bruder. Ich hab nur von dir gekauft. Zweiter Versuch, was ist das? Dein letzter Versuch jetzt direkt erspüren oder erst später? Ja, der letzte. Jetzt direkt kommen. Bruder, letzte Chance. Du hast zwei, ne? Du kannst dir Zeit lassen. Boah, der muss sitzen. Dann pass ich freu dich. Oh mein Gott. Also zwei. Haliumseinkrekord ist zwei. Ja, du kannst versuchen, deinen Rekord zu kriegen. Ja, mach ich. Kein Problem. Das sind genau meine Spiele, Digga. Oder soll man auf mich machen? Oh mein Gott. Lange, diese Spiele facken, Schatz. Ich will das, ey, ey. Tüsch. Scheiße. Nein! Okay, einfach so kopf. Wo kommst du weiter, weiter? Scheiße, ey. Boah. Ohohohoho. Was hatte ich? Du hattest 13. Okay, so langsam hab ich den Dreh raus. 21! Du hast nur zwei Versuche. Kommt schnell. Aber du kannst ja nicht gehen. Vergessen. Du hast echt nur Glück gehabt, der erste Runde hin. Das war gerade nur ein bisschen antäuschend. Geil. Hast du wenigstens das Interview geführt? Ja, Dinger. Spend ich, wenn es wüsste. Hey, warum fahre du sowas nicht? So ein Wüßer, der elendige Rester. Ich hab die Pommes abgeschossen, da kommt ein falscher Gegner. Ich bin tot. Geil, Alter. Machst du mal ein. Ja, Himmel, ich schmack das. Trotzdem. Willst du noch einmal versuchen? Der Verlierer muss ekel getränke trinken. Leider nicht. Ich kann es aber so rumgezogen. Okay. Mal gucken, was ist der schon. Kartoffelie. Wie lecker liegen. Oho, wie geil ist das hier? Das ist sein Gesicht. Das ist er. Warte, warte, warte. Oh, nein. Weißt du, er berührt die Kartoffeln mit dem Daumen. Du denkst, er... Mach mal Arsch, wir machen alle. Okay, super. Mach Spendien. Mach deine Winger schnau. Er hat voll deine Finger auf den Stoß. Man kann halt Punkte sammeln. Irgendwann kann man halt auch andere Waffen machen. Ah, okay, warte, 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 warte. Der erste Versuch gilt schon. Oho, hey, Jungs, das hat euch was gesagt, ne? Ja, das wird immer mehr jetzt. Jetzt kommt so Feuer an deine Waffe. Jetzt heißt es, für jeden Treffer kriegst du einen Stern. Nein, alle Wanderer können nicht nur mit Messer umgehen, ne? Und Sternen kannst du noch neue Waffen kaufen. Einen Schuss noch. Du hättest warten können, ey, bis das... Aber ich will den Knie nicht kaputt machen, oder? Ich hab den heute schon ins Geld gekauft. Mama, das ist viel Spaß. Und deinen Fuß auf. Ey, du hast dich, er gibt dir noch eine Chance. Du bist wochenlang am Knie. Komm, ein Schuss. Nein, er gibt dir der Lasse. Ich hab dich einen Schuss noch. Was ist alles so? Du warst mit zwei Enden, oder so? Ja, du hast ihn noch mal getreten. Dann hat er es noch ge-exet, weil ich hab gesagt, wir exen alle. Bro, ey, war schon dahin. Wusstest du das? Ei, renn da lieber aus für mich. Ja, ich hab's geblotzt. Ich hab schafer gemacht. Ich hab's getrunken und hab die Fresse gehalten, weil ich wollte, dass er auch noch trinkt. Uuuuuh, ey, Eilke. Ich hab dann auch noch eine Chance, ey, das ist unfällig. Ich hab nur zwei Mal. Ich hab nur zwei Fragen, woher die geht. Dann musst du ja sechs schaffen. Ich muss sechs schaffen. Schafft Eilke, sechs. Hat er fünf geschafft? Ja, er hat fünf geschafft. Beste Hand, ey, geile. Jetzt. Uuuuh. Wolltest du mal, dass du dich gesehen hast. Oh je, der Schuss im Treffen. Oh, jetzt. Eilke gemacht. Wie hast du es geschafft? Fünf. Du musst doch mindestens eins. Warte mal, hab ich das jetzt immer noch am meisten. Nein, Peter. Nein, ich hab 15 oder so. Das sind schlechte. Fünf, fünf, fünf. Ich werde dem Spiel auf jeden Fall eine schlechte Bewertung geben. Das kann nicht sein, Bord war es viel einfacher. Letzter Schuss, ne? Drei. Nein. Alle, alles unter dich zählen. Du musst jetzt nur vier schaffen. Du musst jetzt nur vier schaffen. Du musst jetzt nur vier schaffen. Ja, nur vier schaffen. Jetzt schränk mich mal an. Ich mach das eine Runde leichter, aber ich schwere. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nass. Chill. Ey, du musst nicht treffen, sonst kommst du nicht mehr weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie hast du es geschafft? Du hast es frei. Oh mein Gott. Wie viel hattest du? Vier? Warte. Was sagst du? Yo, Halim hat ihn. Er hatte vier, oder? Ey, warte mal. Gib mir mal bitte noch eine Chance. Okay. Vorbei. Oh. Hast du ohne Sounds, Bruder? Vorbei. Mein rechter, rechter Platz ist frei. Dann bin ich mir mit Eikel her. Eikel setzt dich hin. Eikel setzt dich hin. Ich weiß auf jeden Fall, was du in diesem Getränk einsomst. Jungs. So, fangen wir doch mal an hier, oder? Ich würde sagen, komm. Wir mischen mal einfach wieder alles rein. Was hast du denn da genommen? Du willst auf jeden Fall so ein Fruchtbuttermilch, oder? Der Eikel muss so einen trinken, oder? Jaja, der Eikel. Der Eikel ist so. Der Eikel ist so. Der Eikel ist so. Der Eikel ist so. Eine Mischung aus... Oh mein Gott, sieht das... Das sieht echt gut aus, oder? Boah, ich finde es okay. Ja? Eine Mischung einfach aus allem, Freunde. Zito, Limette, das, dies, da... Einfach eine Mischung aus alles. Willst du? Erst machst du einen Schluck, um euch zu sagen, wie es schmeckt. Okay. Ich schwöre, das schmeckt wie ein Gelder Cocktail, sag mal. Lava nicht. Okay, kannst du doch jetzt. Naja, das schmeckt gut, ne? Geh schon mal weg. Kannst du auch... Du willst, ABK, kann dir helfen, weil... Nein, du willst dich nicht essen? Ja. Trink für die Keks, du Schlamm. Schluck für die Keks, du. Trinkst drin Cocktails? Ja, Cocktails, was andere Männer ihren Koks gerührt haben. Boah, Digga. Ehre. Ehrlich. Der hat... Kannst du mir noch einen machen? Egal. Bro, machst du noch einen fertig? Ich schwöre, das hat geschmeckt. Bruder, was soll ich jetzt? Ich bin ein Hund, wenn es nicht geschmeckt hat. Das ist doch so. Komm, ey, ich will dich küssen. Da ist bis jetzt. Lass dir mal andere Männer in die Arme gehen. Oh, das war weg. Jetzt will ich mal sehen, wie du das wächst. Kann ich nur einmal vorher probieren. Ich will das nur mal vorher probieren, damit ich... Boah, Schlücker hat Echse nicht, Bruder. Da ist viel zu viel Säure drin. Das ist nicht gut mit der Magen. Das war geil. Ich schwöre. Schmeckt gut. Ja. Ernsthaft. Hä? Ich würde dafür Geld ausgeben, dass ihr zwei... mir was macht. Er trinkt. Ich schwöre, ich würde Geld dafür geben. Er haut's weg. Warum haust du das jetzt? Er haut's weg. Mir hat's geschmeckt. Ist gesund. Bruder, Mülleimer ist nicht mal offen. Bro, was? Was? Wollen die uns grad fix damit... Ja. Die Ameise, kennt ihr? Die Ameise? Die Bütze macht die Ameise. Ey, Leute. Ich mach die Ameise. Ja, ich weiß nicht. Guck mal, was aber danach passiert. Guck mal, was passiert, wenn man das... Wer macht die Ameise? Siehst du? Nee, ich mach die Ameise. Der wartet nur, bis jetzt ein Sch*** von hinten kommt. Nein, nein, hinten ist ja zu. Ah ja, dann von vorne. Auch irgendwo. Ich weiß, was er will. Ist das die Wirkung? Ich weiß, was er will. Ich weiß, was er will. Freunde, alle, die hier dabei sind. Alle Kanäle sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Oh, das war... Daran kann man sehen, dass das alles hier real ist. Andere YouTuber hätten jetzt so gefakt sein. Ja, so diese... Ah, ja. Ach, hier hast du gesehen. Die Echsen einfach. Gar nicht schlimm gewesen. Ey, das hat wirklich nicht geschmeckt. Oh, Dings soll ein bisschen Kamera machen. Ey, er ex das weg für dich. An dieser Stelle bin ich einfach verstört. Und ich beende das Video. Macht's gut. Haut rein. Peace. Tschüss. Tschüss.